Willkommen zurück zu einem Fallgefallen. Wir sind hier, stehen am Hafen und warten, dass der Typ fertig ist mit seinen Ansprachen. Schau, dein Schwein, ist es nicht niedlich? Hallo, du Kleiner. Wäre meine Duckentaste jetzt auf alt, würde ich mich ducken und das kleine Streicheln. Aber ich kann mich nicht ducken. Es ist so schade, dass man sich in dem Spiel nicht ducken kann. Na gut, das war ein Kämpfen so geil. Auf einmal schlägt der, wuff, ducken. Und wieso man hier nicht permanent den Leuten in die Eier treten könnte. Man kämpft sowieso selten gegen Frauen, von daher ist das ja eigentlich ziemlich praktisch. Gemein, aber praktisch. Wir sind Assassine, Mann, wir müssen gemein sein. So, also nicht gemein im Sinne von Böse, sondern mehr gemein im Sinne von Kampfsache und so. So, wo sind jetzt eigentlich hier diese, wieso kann ich mein Vision-Ding nicht anmachen? Okay, da. Also du musst irgendwie versuchen, in diesen Laden da rein... Klar, durch den Vordereingang. Mann, 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 Mann. Muss man erstmal drauf kommen, ey. Vordereingang. Kost ist geil. Handeln. Wollt ihr kaufen? Handeln? Nein! Überhaupt nicht. Okay, was haben wir hier? Normale Waffen und Feuer... Steinschlosspistole. Ja, das Problem bei der ganzen Sache ist die Munition. Hm, Steinschlosspistole. Kosten und Geld. 2.800 habe ich, 2.000 kostet das Ding. Nein. Dann nehmen wir doch mal die normale Waffe. Was haben wir denn hier? Normales Schwert. Parieren und so weiter. So, das jetzige ist wahrscheinlich hier das... Was? Da ist immer hier dieses Dreieck. Dann nochmal so ein Dreieck. Und dann nochmal ein gesamtes Dreieck. Ich gehe mal davon aus... Ich habe eigentlich keine Schusswaffe. Na, wir müssen mal gucken. Ha. Ich check's nicht. Ich muss doch eigentlich so ein Vergleich sein. Zwei Farben oder sowas. Besser. Hier. Okay. Kurze Distanz. Schusswaffenfrequenz. Ist relativ hoch. Naja. Im Vergleich zu sowas. Lange Distanz. Wenig. Also ist bloß kurze Distanz und ab und zu mal zum Ballern. Okay. Und was haben wir hier? Das ist der Schaden. Er hält sich noch in Grenzen. Kombos kann man damit super machen. Und die Geschwindigkeit ist auch ziemlich rabiat. Die Klinge ist geeignet. Meinungsverschiedenheiten schnell und endgültig beizulegen. Ziemlich endgültig, wenn man die dann umnietet. Okay. Ein Schwert und eine Pistole kaufen. Kombination. Okay. Das ist gut. Das wäre natürlich günstig. Hätte ich das Winter immer vorher gelesen. Okay. Geld, Kosten, Bilanz. Super. Ein normales Schwert. Gibt es auch ein abnormales Schwert? Ja. Gott. Die Frage hat sich jetzt eventuell selbst bestätigt. Ich habe ja Darkseiders gespielt. Da gibt es ein abnormales Schwert. So ein 10 Tonnen Ding. Boah. Nicht gut. Okay. Charles Lee. Auf einem Pferd. Zum Green Dragon folgen. Also müssen wir schon wieder nach Chinatown. Was ist das schon wieder? Wir müssen nach Chinatown. Okay. Eins, zwei, drei und vier sind normalerweise die Auswahltasten für die Fools. Ach, Tools. Das sah ein bisschen aus wie ein F. Und Goods und Clothes. So, jetzt gibt es hier noch Feines. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Munition ist in dieser Pistole da drin? Ich werde aber trotzdem noch die komischen Zettel für den Typen da finden hier. Für unseren. Oh. Also man muss sagen, das ist echt arschdunkel. Oh, da ist was. Ja, okay, gut. Also die Heuhaufen sind mal wieder vorgehoben. Das ist sehr schön. Und, äh, Warnung. Verbindete zu weit entfernt. Das ist jetzt ziemlich unschön. Was haben wir hier eigentlich hier? Und wieso kann ich mit denen interagieren? Noch viel wichtiger ist, wieso leuchtet das so hell? Nein! Ich bin desynchronisiert! Obwohl! Nein! Oh. Hoffentlich habe ich wenigstens noch die Schwerte und das Schild da geholt. Okay. Wir sind hier wieder draußen. Die Synchronisation. Die und die Desynchronisation. Haben uns mal wieder total verraten. Aufsitzen. Yeah! Also wenn das jemand nachmachen kann, dann Respekt. Weil komm erst mal auf dem Pferd hoch. Und habt das Glück, dass ihr das Pferd mir mit den Pufen direkt ins Gesicht tritt. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston mache? Ah, fünf Schoß habe ich. Nein. Master Burge sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hatte ja schon ein Stolz vernetzt. Ah. William Johnson erwartet uns schon an Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut. Aber er sah das Zeichen des Autos und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität. Und ich weihe euch in meinen Plänen ein. Nichts wäre mir lieber. Du kannst eigentlich übers geil die Leute verarschen. Du machst halt bloß mal hier dieses komische Assassinsymbol da und dann war's das. Du kannst die Leute alle anlocken. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, die sind aber ganz schön laufvoll hier. Für die paar Meter entfernt, da hätten wir quer über den Dächer springen können. Ich glaube, da wären wir schneller gekommen. Yeah. Okay, niedertrampeln kann man hier niemanden. Ah, wir sind da. Okay, dann. Oh. Bin ich denn jetzt hier runtergekommen? Systemnachricht neue E-Mail erhalten. Autsch! Ey, ich glaube, er ist hackt. Okay. Na, dann gucken wir mal kurz unseren Fortschritt an und schauen mal, was wir hier für Benachrichtigungscenter eine E-Mail erhalten. Ja, okay. Ich würde dich dann trotzdem mal gerne lesen wollen. Animus-Datenbank. Da, Animus-Trainingscenter. Nee. Ist das fortsetzend? Nein, nein, nein. Nachrichtigungszeichen. Ach, komm schon! Ja, klar. Systemnachricht neue E-Mail erhalten. Bringt mir jetzt nichts im Grunde genommen. britische Soldaten. Na gut. Öffnen wir mal die Tür. Was ich unbedingt nochmal machen muss, ist mal zu schauen, wo ich denn überhaupt bin. Rein Animus-Technik. Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja. Natürlich. Die Herren Lee und Ken wait nicht drauf. Ich lasse euer Gepäck nach oben. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur wo? Äh, hä. Chance Lee. Wie kommen denn die bitte auf den Namen Green Dragon? Die sehen mir alle nicht so ganz ausländisch aus. Oh, ihr könnt euch nicht... Oh, sieht das toll aus, wie die Alice draußen rumlaufen. Na gut, gehen wir erst mal nach oben. Und reden dann mit dem... Was ist das denn? Ach, so, bloß ein Schatten. Gut. Wir wollen hier so viel wie möglich mit erkunden, aber hier findet man relativ wenig. Aber gut. Dumm-di-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Wo sind wir da? Äh? Ich sieht eigentlich ganz... Naja... Angenehm aus. Also mit dem Kamin auf alle Fälle. Ach so. Hält sich's noch in Grenzen. Ein bisschen schneller laufen wäre schon mal günstig. Ich hab hier ohne Grund so eine Leertasse, die mich ein bisschen fixer laufen lässt. Hier ist nix. Also ja, äh... Was haben wir denn hier? William Johnson. So. William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnt ihr sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Pommes Hickey, hat sich schon umgehört. Hm. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sag mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Oh Mann ey. Jedes Mal hab ich das Gefühl, dass es James Bond hier ist. Aber es ist ja bloß die Synchronstimme von Daniel Craig. Mitunter ist es natürlich auch die Synchronstimme von hier. Jetzt ist mir dummerweise der Name. Häfen, 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 Häfen. Erzählt mir von euch, William. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich wusste, mein Onkel Peter war nicht der klügste Cop. Er wollte mit den Kanyen Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fern ab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... Aha. Wie gesagt, nicht der klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Städte der Vorläufe? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, Sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall. Und kein Leuchten. Das ist schade. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Yay. Guti, hätten wir das. Was, kann ich nochmal mit dem reden hier? Nö. Der will nicht. Mann, ey. Nichts ist schlimmer, als wenn man hier ewig, lange durchläuft. Ich sag, okay, es war eigentlich auch relativ langsam, dann die Treppen runter. Ist klar. Aber... Aber... Oh mein. Das bedeutet nicht, dass man den Charakter das auch machen lassen haben will und so. Oh, nee. Langsames. In Gebäuden rumlaufen. Niemand rennt auf dem Flur. Wie kommen wir jetzt eigentlich so schnell hierher? Wir sind bestimmt mit dem Pferd ein bisschen nach außerhalb gelaufen. Sieht nett aus hier. Super. Schönes Fahr. Wo kam der Hund her? Der kam doch eindeutig von oben nach unten geflogen. Entweder ist der Hund nach vorne gesprungen und hat gerade irgendwas gefangen oder so. Oder aber der ist wirklich vom Himmel runtergekracht. Das zweite ist mir irgendwie das Liebere. Fliegende Hunde. Fliegende Hunde ohne Flügel und allmöglichen anderen kleinen Spiränschen. Okay, na was ist denn hier? Kann man mit dir reden? Nein. Was ist denn das überhaupt für eine Garte? Tolle Garte. Ah, klasse. Vision kann man hier nicht aktivieren. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also dann. Was geht? Johnsons Botengang. Mission starten. Kenway. Kenway. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Aha. Längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halumpen klein kriege. Ach, Mann. Und ich glaube, die Musik kann ich ein klein wenig noch runternehmen. So, wo bist du, Musik? Wo bist du? Musik. Von 6 auf 5. Guti. Äh, Q drücken zum Schießen. Schießen. Geht in Position. Aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Hm. Wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Also, wenn das jetzt nicht der erste Schuss war, dann, dann, weiß ich auch nicht. Ja, scheiße. Okay, man kommt ja also nicht standardmäßig hoch. Wie komme ich denn dann hier hoch? Sag mal, wie soll ich denn hier hochkommen? Mann. So geht es natürlich auch. Einfach hochklettern. So ein bisschen schräg. Aber die feine Londoner Art ist mir deswegen doch sehr viel lieber, als hier dieses Rüppelhafte. Man kann ja auch nett sein, ne? Das ist ja... Okay, um eine Waffe aufzuheben. Dann heben wir mal eine Waffe auf. Und, ähm... Ja, nu? Fallen lassen. Leertaste ist damit. Äh... Okay, anwischen kann ich nicht. Springen kann ich auch. Okay, wir müssen schnelleres gehen. Wir wollen uns ja anschleichen an die. Okay, wie kann ich jetzt hier die Ziele rein? Gucken das jetzt nicht. Ah, jetzt. Und, ähm... Nö, 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 nö. Nö. Einer weniger. Wow, meine Güte. Okay, wieder einer weniger. Das ist nicht auf die Idee, komm einfach mal auf mich drauf zu ballern hier. Na komm. Boah, scheiße. Ich verliere noch extremst viel Leben. So wie es scheint. Wow, mein Gott. Hier muss man übelst viel... Auf E drücken. Und einer weniger. Was passiert denn jetzt? Müssen wir das jetzt wirklich sprengen? Und wieso war der Kampf noch nicht zu Ende? Ich hätte die gerne nochmal gelootet hier. Äh... Drücke F zum C... F. F. Klar. F. Äh... Das erhöht ihre Reichweite. Super. Okay, das ist die falsche Waffe. Und nun? Was ist das eigentlich? Na gut. Ernsthaft jetzt mal. Das Ding. Hat das hier geöffnet? Nö. Nicht möglich. Die gestrollene Ruhe zurückholen. Die gestrollene Ruhe zurückholen. So, was sind hier denn noch irgendwo anders? Irgendwelche Leichen oder so. Die waren ja theoretisch hier oben. Aber looten war nicht drin, ne? Nö, war nicht drin. Waffe aufheben. Nehmen wir alles mit. Schön ist, dass die Tasten wenigstens jedes Mal angezeigt werden. Da muss ich mir nicht jedes Mal Gedanken machen. Welche Tasten das gleich nochmal war. Man sollte sich halt nur noch eins merken. Rechts ist alles mögliche. Schnelle und Gespringe und so. Und, äh, ja. F ist das zum Ziel. Ja, wie viel Buggy das Pferd, ne? Na gut. Ja. Müsste hier eigentlich ein bisschen mehr Blut liegen. Die sehen aus. Moment mal. Kann man über die Trübe laufen? Ne, kann man nicht. Naja, okay. Äh, wir müssen hier da irgendwie geradeaus rein. Hier ist eine Mini-Truhe. Eine wirklich Mini-Truhe. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Ne? Okay, dann interagieren wir mal mit dem kleinen Objekt. Was sich Truhe nennt. Und wir werden mal wieder behakt. Legt die Waffen nieder. Und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Na gut. Ähm. Bam. Kann ich nochmal schießen hier? Die Kacke muss nachgeladen werden. Oh, ich hasse solche Waffen. Einer weniger. Ich bin echt nur ein Freund von... Ja, so muss das sein. Äh, herrlich. Hast du ein Pfeil ins Knie gekriegt? Es bleibt spannend. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hm. Nee, die hat noch acht Munition. Aber na gut. Plündern. Nein. Okay, Plündern ist lange gedrückt halten. Bisschen abgetatscht. Kann man hier eigentlich jeden plüntern? Oder plüntert der irgendwie großflächig? Oh. Gegenstand des Bürgermissions, whatever. Was haben wir denn hier für eines? Passt auf die Truhe auf, Charles. quanta Läuser angesagt. 波 Unidos. Wan und bin. LEA倉 доknt. See. Has.